Herzlich willkommen beim Wetter für Drei. Hallo liebe Kinder. Heute ist der Sonnabend und damit natürlich wieder Kinderwettertag. Und heute möchte ich euch erklären, warum der Himmel eigentlich blau ist. Eine ziemlich schwierige Frage, beziehungsweise schwierige Antwort. Genau, hört genau hin, denn manche Erwachsene wissen noch nicht mal die Antwort. Die könnt ihr dann damit beeindrucken. Also so ein wirklich tiefblauer Himmel. Warum ist der Himmel eigentlich nicht rosa oder gelb oder lila? Aber warum genau blau? Das hat natürlich mal wieder mit der Sonne zu tun, denn die Sonne ist beim Wetter eigentlich an fast allem schuld. An Stürmen, an Hagelschlag, an Regenbögen. Daran ist die Sonne hauptsächlich schuld und natürlich auch am blauen Himmel. Denn das Sonnenlicht, das ist eigentlich nicht so weißlich-gelb, wie man es sieht, sondern es besteht aus den Regenbogenfarben. Rot-Orange, Blau, Grün, Violett und Lila. Aus diesen Farben besteht eigentlich das Sonnenlicht. Das sehen wir nicht so richtig. Wenn wir Richtung Sonne sehen, dann sehen wir ja die Sonne eher so gelblich. Aber eigentlich besteht das Licht aus diesen Farben. Wenn jetzt diese Farben auf uns strahlen, durch die Atmosphäre kommen, die Atmosphäre sind die ersten zehn Kilometer über uns, wo auch das Wetter passiert, da sind ganz viele kleine Teilchen drin. Luftteilchen, Wasserdampfteilchen, Staubteilchen. Die sind allerdings so winzig klein, dass man sie theoretisch nur unter der Lupe sehen kann. Wenn wir jetzt so nach oben gucken, sehen wir sie gar nicht, weil sie so klein sind. Aber auf diese Teilchen gelangt jetzt das Sonnenlicht und wird gestreut und reflektiert und gebrochen. Ziemlich komplizierte Worte, aber eigentlich heißt das nur, das Sonnenlicht wird abgelenkt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit dem Fußball gegen einen Baum schießt, dann geht der Fußball ja auch in eine andere Richtung nicht und nicht einfach weiter geradeaus. So passiert das dann auch mit den Sonnenstrahlen und mit den einzelnen Anteilen des Sonnenlichtes, nämlich dem blauen Anteil, dem roten Anteil, dem gelben Anteil. Der gelbe Anteil, der geht relativ zu uns und deshalb sehen wir die Sonne eher gelblich. Indirekt dagegen wird das blaue Licht eher nach oben wieder Richtung Himmel abgelenkt und deshalb sieht der Himmel blau aus. Allerdings sieht er ja nicht immer so richtig schön tiefblau aus. Manchmal sieht er auch rot aus. Und das hat dann damit zu tun, dass in der Atmosphäre ziemlich viele Wassertröpfchen sind. An diesen wird dann nämlich das Sonnenlicht ein bisschen anders abgelenkt und da erscheint dann der Himmel überwiegend rot. Und der Beweis dafür, dass die Sonne wirklich an einem schuld ist, sieht man nachts, denn da ist der Himmel nämlich nicht eigentlich richtig blau, sondern eher so schwarz und man sieht die Sterne, denn die Sonne, die ist da bei uns gar nicht zu sehen. Also ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen verstanden, warum der Himmel blau ist. Morgen werden wir allerdings nicht allzu viel blauen Himmel sehen. Ein neues Tief kommt in unsere Nähe, schickt ziemlich viele Wolken, somit wird der Himmel eher grau und weißlich aussehen, denn er ist ziemlich bewölkt. Heute Nacht allerdings kann man verbreitet noch die Sterne sehen. Richtung Oberlausitz sind noch schauernd Gewitter unterwegs, aber die ziehen heraus, dann ist es trocken. Das Ganze bei Tiefstemperaturen von 13 bis 7 Grad. Morgen gibt es anfangs Richtung Oberlausitz und Erzgebirge noch Sonnenschein, dann zieht es sich auch hier zu. Richtung Altmark sind ein paar Tropfen Regen möglich. Ansonsten ist es zwar bewölkt, aber wenigstens überwiegend trocken und relativ mild. Temperaturen von 16 Grad in den Bergen, ansonsten 21 bis 23 Grad. Und nächste Woche kommt der Sommer zurück, zwar nicht mit der Sonne pur, aber immerhin mit schweißtreibenden Temperaturen. Mittwoch gibt es bis zu 30 Grad. Das war's von mir, hier geht's jetzt weiter mit dem Sandmännchen. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018